Wir haben Leute gehabt, die haben den Propheten, a.s.w. mit dem Schwerter bekämpft und die sind zurückgekehrt zum Islam. Und ich wünsche für jeden, der heute hier sitzt, dass der heute nach Hause geht und sein Leben ändert. Es sind 60.000 Bücher geschrieben worden, um den Propheten, a.s.w. schlecht zu machen. Da fragt man sich, wo sind wir? Wo? Oder wo sind unsere Leute? Alhamdulillah, ihr seid heute hier. Aber wo sind unsere Leute, die uns vertreten? Die sitzen in der Moschee und warten, oder irgendwo anders, und warten, bis den Jugendlichen die Religion weggeschnappt wird. Und wenn dann jemand aufsteht und macht auf Ungerechtigkeiten, aufmerksam, das Mädchen in der Schule gesagt wird, sie muss das Kopftuch ausziehen, obwohl das nicht der Fall ist. Da wird von dieser Person gewarnt, subhanallah, wo leben wir überhaupt? Bismillahirrahmanirrahim, liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie er uns berichtet im Koran, in Zuhansuche 51, Al-Variyat, Vers 56, wo er sagt, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّ لِيْعَبُدُونَ Ich habe die Menschen und die Jinn erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Und diese Ibadah, diese gottesdienischen Taten, sind von zwei großen Bedingungen abhängig. Die erste Bedingung, dass man es nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine tut. Die zweite Bedingung, dass man es so tut, wie der Prophet Mohammed es uns gezeigt hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا Im Gesandten Allahs hat er hier schon das beste Beispiel. Das heißt, wenn wir eine Tat tun, dann tun wir sie so, wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gezeigt hat. Nicht, wie irgendjemand gesagt hat, nur weil er vielleicht einen langen Bart hat oder irgendetwas anderes, sondern wir beziehen uns auf authentische Quellen und wir schauen immer, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen großen Gelehrten, wir schauen, gibt es für uns, oder ist es für uns möglich zu sehen, dass ein Gelehrter einfach bessere, stärkere Argumente hat. Das sind stärkere Argumente. Das heißt, dass er sich auf authentische Beweise bezieht. Denn wir müssen wissen, die Religion der vorherigen Nationen, wie zum Beispiel die Juden und der Christen, diese Religion ist verändert worden. Und der Prophet Mohammed, alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, das heißt, das heißt, die Nationen vorigen, 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 das heißt, Handfläche für Handfläche, zira'an bi zira'an bi zira'in, also elle für elle. Selbst wenn die in das Loch von einer Eidechse reingehen würde, in eine kleine Höhle von der Eidechse, würde die folgen. Daraufhin sagten die Gefährten, ja, Rasulallah, al-Yahud wa Nasara, meinst du die, wo gesandt Allahs, meinst du die Juden und die Christen? Und er sagte, wer mennt? Wer sonst? Vermann! Wer sonst? Das heißt, wir müssen wissen, dass in dieser Religion Änderungen entstehen werden. Deswegen hat der Prophet Mohammed, alaihi wa sallam, auch immer davor gewarnt, etwas in der Religion zu erfinden. Und gesagt, dass jede Erfindung eine Irreführung ist, und jede Irreführung in die Hölle führt. Deswegen schauen wir immer, wo sind authentische Beweise bei dem, was wir tun. Es gibt manche Dinge, die auf Ich, die Herz, natürlich zum Beispiel auf Kriest, das heißt auf Analogieschlüsse, noch solche Dinge beziehen, oder wo es wirklich um eine Verständnisfrage in einem Hadith geht. Aber es gibt manche Dinge, die auch eindeutig sind. So, und wir gehen heute auf einen Punkt ein, und zwar, wie verhält man sich nach dem Gebet? Wir haben schon gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, wie man das Gebet durchführt, die Eigenschaften des Gebetes. Jetzt geht es darum, was macht man nach dem Gebet? Und wie man weiß, gibt es nach dem Gebet die Sunna, dass man Vikar macht. Das heißt, Gott erwähnt, Gott erwähnen, Doa macht und andere Dinge. So, die Frage ist aber, wie hat der Prophet, a.s.w. dies getan? Das ist die Frage. Damit wir dies auch so tun wie er. Denn ihm zu folgen, ist ein Zeichen, dass man ihn liebt. Wer ihm folgt, ist ein Zeichen, dass man Allah liebt, ein Zeichen, dass man den Propheten Muhammad, a.s.w. liebt. Denn Allah sagt im Koran, قُلْ اِمْ كُنْتُمْ تُحَيْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اِحْبَقُمُ اللَّهَ Sprich, also Mohammed soll sprechen, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah, subhanahu wa ta'ala lieben. Das heißt, das muss unser Ziel sein. Das heißt, es ist Sunnah, das wissen alle, Dikr und Dua, nach dem Gebet zu machen. Aber wie hat der Prophet, a.s.w. dies genau getan? Und wir beziehen uns immer auf authentische Werke. Ich habe hier, Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim stehen, dass wir auch auf einige Hadithe kurz eingehen werden. Jedenfalls das Erste, was berichtet ist, das wird von dem Imam Bukhari im Kitab al-Azhan von Ibn Abbas berichtet. Ibn Abbas sagt dort, dass er, kuntu arifu in qida'u salati rasulillahi sallalasembi takbir. Ich wusste, dass die mit dem Gebet aufgehört haben, durch den Takbir, dass ich den Takbir gehört habe. So. Und hier werden auch noch, hier bei Bukhari, andere Dinge überliefert. Das heißt, man kann das nachschlagen in dem Buch, und zwar Kapitel al-Azhan. Das ist hier, manchmal sind die Memorierungen anders. Hier ist es der Hadith, 841, 842. Hier bei 841 sagt der Ibn Abbas, kuntu alamu ida in sarafu, bi thalika ida sami'tuhu. Das heißt, wenn die fertig waren mit dem Gebet, ich habe das gewusst, weil ich es gehört habe. Und hier kam letztens jemand, und deswegen habe ich es auch kurz erwähnt, und deswegen gehen wir auch auf diese Haditha ein, damit wir auch ein richtiges Verständnis bekommen, wie ein Hadith zu verstehen ist. Denn das lässt sich üben. Und er meinte zu mir, hier, siehst du, die haben laut Zikr gemacht. Die haben laut Zikr gemacht. Also ist das, was wir machen, in unserem Tarika, wir sitzen alle zusammen, und dann sagt der eine, Hu, Ha, Hu, Ha, Hu, Ha, und fangen an so rum zu, freien, ist es von der Sunna, weil guck, die haben laut gemacht. Das ist unsere Antwort darauf. Und hier sieht man wieder, dass einige Brüder sich von solchen Dingen, die ganz sicher mit der Sunna absolut nichts zu tun haben, weil der Prophet Muhammad, a.s.w. hat niemals Zikr gemacht mit irgendwelchen Dingen, die keine Bedeutungen haben. oder mit einem Pronomen, Hu, Ha, Er, Zikr gemacht. Das ist falsch. Auch wenn das einige Brüder nicht gerne hören wollen, oder sie erzählen uns, ja, die Probe hat, das Erproben von diesem Zikr hat gezeigt, dass dieser Zikr nützlich ist. Wir sagen, Zikr kann nur nützlich sein, wenn er einen Sinn ergibt, und wenn der Prophet, a.s.w. uns diesen Zikr, diese Ermahnung gezeigt hat. Ja, jedenfalls, er meinte, dann siehst du, das ist doch der Beweis. Die haben laut gemacht und wir machen es auch laut. Alle zusammen, der eine sagt so, der andere sagt so, und dann machen wir alle zusammen im Chor, Hu, 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 beispielsweise, ja. So, jetzt muss man aber wieder präzise sein. Und das ist etwas, wozu ich euch immer aufrufe. Seid präzise. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, es ist nicht erlaubt, Zikr zu machen mit Dingen, die keinen Sinn ergeben und mit Dingen, die der Prophet, s.a.w. die Zikr gemacht hat. Hierbei kritisieren wir insbesondere Zikr in der Gruppe, außer, wenn es darum geht, mit Leuten den Zikr beizubringen. Punkt eins. Und, wie gesagt, Dinge, die keinen Sinn ergeben, die der Prophet, a.s.w. nicht gesagt hat und die der Scharia widersprechen. So. Habt ihr genau zugehört? Wir haben nicht gesagt, dass es verboten ist, Zikr laut zu machen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich sage Zikr laut oder ob ich sage in der Gruppe und einer gibt den Ton an. Und wie haben wir auch gesagt, nochmal zur Wiederholung, wenn es darum geht, Wicker beizubringen, kann man es auch in der Gruppe tun. Aber sonst nicht von der Sunda. Der Prophet Muhammad, a.s.w. und seine Gefährten, radiallahu anhu, haben dies nicht in der Gruppe im Chor gemacht, in den normalen Fällen. So. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn es darum geht, etwas beizubringen, kann man dies auch in der Gruppe tun. Das heißt, hier ist nicht die Rede gewesen von, man darf es nicht laut machen, denn dies ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Und da finden wir beispielsweise in dem Buch Fatul Bari, Fatul Bari, Bishar Sahih al-Bukhari, das ist von Ibn Hajar al-Asqalani geschrieben, dieses Buch, ein sehr wertvolles Buch. Und er erklärt dort die Hadithin in Bukhari. Und Ibn Hajar erwähnt dort, dass Imam Mawawi sagt, dass Imam Shafi, rahimallah, dies so interpretiert hat, dass am Anfang der Dikr laut gemacht wurde, damit die Menschen den Dikr lernen, aber, dass der Koranvers, und zwar in Surah Isra, Vers 110, dort sagt Allah, wa la tajharbi salatika wa la takhafit biha Das heißt, sei nicht laut mit deinem Gebet, und sei nicht so leise, dass du dich selber nicht hörst. Diesen Vers haben sie auf die Dikr bezogen, das heißt, dass es dazwischen ist, dass man so laut macht, dass man sich selber hört. Dass dies die Lautstärke für den Dikr ist. Aber wie gesagt, es gibt Gelehrte, die sagen, nein, das soll laut gemacht werden, der Dikr. Das heißt, jeder macht für sich einzeln laut Dikr nach dem Ubed. Unter den Gelehrten dieser Zeit, die das sagen würden, zum Beispiel Chef den Bes, der sagt, dass das laut gemacht wird. Und andere Gelehrte das nur. Das wäre erstmal die erste Sache. Das heißt, eben aber es besteht, dass es laut gemacht wurde. Was haben wir gesagt? Ihm am Chef gesagt, diese Sache war dazu da, damit die Leute den Dikr lernen. Dann wird überliefert und übrigens, dieser Hadith wird wie